war das eine lange nacht das schlafen tat aber gut was habe ich denn hier alles drin ja sachen die ich nicht wirklich brauche aber erst mal kurz das frühstücken hier was machen wir jetzt mit dem herrn tobias ich will keine dreckigen werwölfe in meiner stadt in unserer stadt dieser stadt wie auch immer diese viecher gehören ausgerottet was ist das um himmels willen ich habe dich beobachtet du bist ein hunter wie er im buche steht danke ich kann dir helfen gegen diese werwolfspest finde mich im großen baum den du schon oft gesehen hast da wo es leuchtet dort findest du mich großer baum großer baum ja meine zwei süßen großer baum wo es leuchtet vielleicht dem herrn seffs ein baum aber seit wann leuchtet das in einem baum bitteschön guten tag herr seff oder guten abend besser gesagt sie wissen nicht zufällig wer mir dieses buch hier gegeben hat nein sie wollen immer noch ihre blumen haben hat er nicht schon genug blumen was macht er damit ist er die aber großer baum der geleuchtet hat warte mal hier ja hier geht es zur stadt da ist eine knallerbse ganz schnell vorbei und da ist der große baum wo es geleuchtet hatte aber da war ich doch schon oben da war doch gar nichts oder niemand aber da leuchtet es immer noch lasst mich in ruhe nein 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 ob der eine chance gegen die hat was willst du hier oben oh geld geld nehme ich immer das brauche ich er hat da oben leuchtet komme ich hier irgendwie hoch ja hier oh ich habe eine möhre äh hallo ist da oben jemand da ist es hell hier komme ich nicht weiter seltsam ach hier geht es hoch ok ist aber gefährlich äh 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 hallo haben sie mir das buch hier gegeben zufälligerweise hallo du weißt nicht wer ich bin aber mein meine hante haben mir gesagt dass man dir vertrauen kann weil du schon den einen oder anderen werwolf erlegt hast ich habe hier eine aufgabe für dich wenn du diese mit erfolg erledigst bekommst du etwas von mir mit denen du die werwolf vielleicht erledigen und die infizierten heilen kannst außerdem bekommst du noch unsere unser wappen dies kennzeichnet dich als hunter der erfolgreich werwolf erlegt hat was sagst du nimmst du die aufgabe an äh ja natürlich äh ich komme wieder oh gott ist das hier gefährlich komme ich von hier aus ins wasser ja ui au der will so eine wolfsbandblume haben irgendwelche komischen und perlen und 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 noch irgendwas aber dieser regen und diese monster überall oh das ist doch das zeug was der herraman braucht um ein glas herzustellen oh die früchte von fräulein sissy sehen auch sehr gut aus aaaaaaah geh doch weg du kackmonster der sollte mir lieber irgendwas geben womit man die monster hier fern hält oh ich muss mal ganz kurz ein nickerchen machen vielleicht hat es dann auch aufgehört mit regnen ich muss mir was einverlassen wie man hier leichter hoch kommt oh es ist tag und es hat aufgehört zu regnen sehr schön so was wollte dieser man jetzt wolfsband das waren doch diese blumen und dann wollte er noch haben moon pearl und ender pearl moon pearl ist das aber was ist ender pearl äh das hier okay äh äh warum mir fehlt ein bisschen was hm ich hoffe der herr tobias schläft und ist nicht gerade so ein wild gewordenes hundevieh ich gehe mir jetzt bei dem ein bisschen was holen denn wenn er schon als werwolf hier rumläuft und niemandem was davon erzählt dann kann er mir auch ein bisschen was von seinem zeug abgeben essen cool äh das da brauche ich oh hier irgendwie noch solche perlen hat er sowas überhaupt nicht eine eine oh okay jetzt müsste ich ja alles zusammen haben ja oh was zu essen kann er mir auch noch geben ich lasse ihn dafür das hier äh ich bin mal gesp- wow äh gespannt was der mir gibt von hier bin ich hochgekommen oh Gott ich hätte das Fleisch nicht essen sollen ich bin ganz schön schwerfällig gerade äh ging das hier lang oh Gott puh jetzt werde ich da fast runter geplumpst äh ah hier äh hallo ich habe ihre Aufgaben äh ihr Zeug ui ui was ist oh äh alles klar wie heißt das Buch Wolfsbane Potion Rezept oh ein Breeding Stand einmal Blaze Powder drei Water Bottles einmal Nether Ward dreimal was für ein Ding Abgeword Potion und einmal Wolfs Bain Step 1 ein netherward und drei Water Bottle Breen Step 2 3 ok ok hier komme ich zum Wasser ja ja danke du da oben ja danke du da oben äh jetzt habe ich was womit ich den herrn Tobias entweder töten oder heilen kann aber ob eine so eine so eine Flasche ausreicht ich brauche etwas zum testen schade der ist geschlossen dann nehme ich mir ein Fleisch ah ne ich gucke ich gucke nicht bei Fräuleins das war doch Kirschsaft von diesen hässlichen ekligen roten Bäumen da könnt ihr mir doch ruhig mal ein Tröpfchen abgeben das war alles hoffentlich äh ja ja so zubauen damit keiner sieht dass da oben was ist so es ist nie irgendwas gewesen außer die Dinger die baue ich mir jetzt natürlich auf also das habe ich mir ja reglich verdient aber wo das ist das sieht ja kacke aus gibt es die nicht größer so klein sieht das ja kacke aus naja ich werde mir ein anderes Plätzchen für die Dinger schon aussuchen irgendwo werden die Platz finden aber jetzt werde ich erst in meinen Gedanken gehen und mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen ab Bis zum nächsten Mal.